das ist eine Beleuchtung, Alter, wir sind übelst professionelle Leute wenn du jetzt bewegst, dann ist das voll schlecht, gell was? wenn du jetzt bewegst, dann ist das voll schlecht ja, ich hab' nur gesagt, nimm ab ach, nimm ab, jetzt hab' ich hier Play gedrückt naja übrigens, ich hab' beim Video mitgemacht